was geht ab freunde der nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von battlefield 1 wir spielen im multiplayer modus rush schön dass ihr zugeschaltet habt die runde beginnt jetzt gerade auch support das ganze das wäre echt nice von euch sprecht schreibt was in den kommentaren verbesserungsvorschläge oder wie man es besser machen kann oder wie auch immer wozu ihr lust habt und lasst ein däumchen oben und wenn ihr noch viel mehr bock macht nabo klar shit verdammte hacke wo da sind ja überall welche wo bin ich nur hier rein geraten holy moly wir haben einsatz ah nein gibt's doch nicht wie ich sie da wegrasiert habe nein das ist ärgerlich trippelnippel panzerfahrer haben wir keinen fahrer der feind rückt vor danke sehr schön steuer nein 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 der feind hat einen einsatz ziel albert platz und schieß weiterfahren komm ach der repariert sich jetzt muss er auch ok scheiße das war auch noch ein wachsoldat was geht ab der feind hat einen einsatz ziel weiter verzieht der feind hat ist ein einsatz zielwerter entschärft Das war's für heute. 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 Ah, ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, Mann. Das war's für heute. 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 Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Tja, der Feind ist einfach mal um einiges besser als wir. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Der Feind hat einen Sprengsatz. 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 Der Feind hat einen Sprengsatz an zwei Artillerien eingetroffen. Der Feind rückt vor. Tja. Koordinaten des Feindes wurden an unserer Artillerie überlegt. Der Feind hat einen Sprengsatz in Einsatz von Albert-Platzien. Sie sind zu weit weg, den Krieg ich von hier nicht. Scheiße hier. Scheiße. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatz-Ziel Bertha-Platz. Ach, hör auf. Das ist echt zu kacke. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatz-Ziel Bertha-Platzien. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatz-Ziel Bertha-Platzien. Nö, 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 nö. Nö, nö. Das war's. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und das nächste Mal werde ich auf jeden Fall nur noch Runden aufnehmen, wo wir vielleicht gewinnen. Oder wo mein, ja, wo mein Score mal ein bisschen besser ist. Die Runde war ja echt mies, aber trotzdem hat es ein bisschen Spaß gemacht. Aber, okay. Support das Ganze. Das wäre nice. Ihr wisst ja wie es geht. Däumchen nach oben. Schreibt was in den Kommentaren. Und genau. Abonniert mich. Das wäre nice. Haut rein. PETER verpasst ihr, dass ihr verf flesh habt? In der trouveren Floch ganz bayern. Elfsät ann спiert ihr Wissen? Vielen Dank.